Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die grüne Pfanne ist in Gondar, Äthiopien. Die grüne Pfanne ist in Gondar. Die grüne Pfanne ist in Gondar. In Äthiopien Menschen, die Menschen, die in Äthiopien, die in den Fällen, 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 die in den Fällen. Die Frauen machen die Hauswärten, die sie in den Küchen und schauen nach ihnen. Wir haben nicht gelernt, wir wissen, wie sie in den Küchen. Weil das ist meistens eine Frau's job. Was ich am meisten gefühlt ist, dass es ein Vegetable und es Organic ist. Ich möchte, nach Lisbeth, Portugal gehen. Because these people were the ones who helped us during our civil war with the islamic power which is part of the country, with the left-handed crying Mohammed. So these people came to support us. Ethiopia is one of the safest places in Africa to travel, plus Ethiopia has its own language, religion and custom, more than 82 Ethnic people will live in peace and harmony. Peace and love, it's the best way to live. I love everything about Gunder. I can say I was born here, I grew up here and I'm originally from here. So I love being here. I love my people. People know each other. We have a very strong social interaction with one another. That's a good thing about living in a small town. Injala is a traditional food made up of crop called teff. They grind it in a mill shop in a traditional way and then the powder, we will keep it for two, three days with the yeast. Then we make Injala. I don't have dreams. I have only plants. Yeah, I won't work hard and save money in trouble. Thank you. Wonderful. Cheers. Thank you. You're welcome. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!